Willkommen zu Soul Calibur 6 und dem nächsten Kampf Sion Mina wieder mit 10.000 ranglichsten Punkten also nur ganz knapp vor uns was die Punkte angeht ich habe hier eine heftige Niedelage dann ja Ich glaube, der Christian ist der Charakter, der nur dort ausgelegt ist, die Gegner aus dem Ring zu schmeißen. Wenn ich dann wenig Schaden mache. Oh, knapp. Nächstes Spiel kommt der schon gut wie gar keine RP da durch. Okay. Okay. Bist du? Ja! Teya, hier geht's! Ready? Teya! Teya! Fly! Bist du? Bist du? Teya! Ich bin nicht fertig. Töne! Bist du? Bist du? WKf davon! Bist du? Bist du? ㄱ! Studien! Bist du? Der ist ja noch zu gut. Und verteidigt das auch noch. Den ist das kein Perfekt. Gut, dann war es das wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.